Gehen Deutschland sucht den Superstar die unbekannten Talente aus? Ein Wiener singt in der neuen Staffel, obwohl er bereits im Radio läuft. Viele Menschen träumen davon, eigene Songs zu veröffentlichen und ihre Stimme im Radio zu hören. Einige suchen den Weg ins Rampenlicht durch Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar, DSDS. Dort hoffen sie, von einer Jury entdeckt zu werden und vielleicht sogar den Sprung ins Musikbusiness zu schaffen. Ein solcher Kandidat ist in diesem Jahr der 27-jährige Leonardo Davi Abdon Custodio aus Wien, der allerdings bereits beachtliche Erfolge verzeichnen kann. Der Musiker mit brasilianischen Wurzeln hat schon mehrere Songs auf Spotify veröffentlicht, die Millionen von Aufrufe erreicht haben. Sogar auf Ö3 wurden seine Songs schon gespielt und ein gemeinsames Lied mit Song Contests da Zoe Straub gibt es ebenfalls. Leonardo ist auch kein Castingshow-Neuling. Er war 2018 bei X Factor in Deutschland dabei und sang 2022 schon bei Starmania im ORF. Während er in Österreich bereits einigen als Musiker bekannt ist, versucht er nun, über die RTL-Bühne ein noch größeres Publikum zu erreichen. In der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar stellt sich Leonardo der Jury, die heuer aus Dieter Bohlen, Loredana, Pietro Lombardi und Beatrice Egli besteht. In der ersten Folge der neuen Staffel wird man den Wiener singen hören, heißt es in einer Aussendung des Senders. Dass er bei uns bereits ein Popstar ist und erfolgreiche Songs hat, wird von RTL in der Presseaussendung aber nicht erwähnt. Seinen Auftritt bewirbt man mit der Ankündigung, dass er amerikanischen Pop im Stil von Justin Bieber performen wird. Der volltätowierte 27-Jährige singt Mercy von Shawn Mendes und hofft, die Jury mit seiner Darbietung zu überzeugen. Am 18. September geht die 21. Staffel mit 15 neuen Folgen auf RTL los. So viel kann man vorweg bereits verraten, in der ersten Folge wird nicht nur der Wiener auftreten, sondern auch die erste goldene CD aus der Jury vergeben werden.